damit willkommen zurück zu mein kopf hallo sie braucht noch niemand ich bin natürlich voll schon am automatisieren ich habe was ganz leise geflüstet aber anscheinend nicht gehört du legst gerade wieder übelst hey wie mache ich noch mal ein filter auf dasjenige einstellen wie ist tue ich so ein filter upgrade einstellen einpacken item einlegen fahrsig ok jetzt viele koppel ich habe alles denn das bei mir nirgendwo reinpacken das kohle muss am in oder exterts stehen in oder exterts ja oder beides heißt trotzdem nicht reinpacken in der key können uns gehen nicht nein komm her gleich ich war für gerade und nein es ist wirklich das falsche oder du hast doch mal was auch bestehler als melder ja ja ich die mal nutzen gleich ich will sechs glas brennen zwei gläser oder wie warum willst du das mal leuchtet machen weil das man ja leuchtet herstellen kannst du machst das mal jetzt drehe ich mal kurz um und jetzt ja wie baue ich den da hinten ein weil ich dir wusste aber dass das nicht im gleichen mod gehört ich weiß das habe ich auch gemerkt hier hinten ein was vorschau von ende er geht zu mir nur den counting den counting filter als ein ende auch gibt es wenn wir den basic für den etwa an seinem fähler den conduit item filter den extreme item für den mod item filter den change schadet able item filter item konto speed und einem konto speed downgrade ich habe einfach konto und elise dann geht besser endende Bei mir gibt's irgendwie gar keinen Filter Kannst du mir immer so entcraften Kann ich gerade nicht, weil ich gerade einen Tank brauche Das brauche ich Ach man, ich komme gleich nochmal zu dir wahrscheinlich Weil ich glaube ich gerade festgestellt, dass es jetzt geht dann nicht Ach so, die sehen bei mir anders aus Das ist einfach nur Paper und Hopper Äh, warte Jetzt kommt das Problem Jetzt kommt das Problem Wenn ich jetzt Bruce Wood sieht Let's try Boah, ich muss mir mal merken, ich habe ein paar Quartier Waventübel in den Boden einzubauen Ähm Hast du Shugger Canes? Nein Scheiße Kann keinen Filter bauen Boah Fuck Zum Problem ist ja nicht, kein Filter oder ein Klatscher Das funktioniert's nicht, gell? Funktioniert mein System irgendwann nicht mehr Irgendwann erst nicht, oder was? Wie viel Papier hast du? Zwei Was? Zwei Zwei Nochmal Zwei 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 Ja Fuck, ich brauche vier Zwei ganze Papier Zwei ganze Papier Ich brauche vier gar nicht Okay, ich weiß nicht, ob du zwei halber haben kannst, aber ja Hm Hm Mit Reis kommt man noch an Paper Hast du vielleicht ein Buch? Hm Du weißt das Buch favorisieren, gell? Nein Einfach zurückverhoften Oder? Trotzdem habe ich keins Fuck Lootbacks? Da musst du welche Öffnungen in die Mopfern schlachten, paar Monster und sammeln Lootbacks ein Hm Na dann mache ich das mal Aber tu mir bitte einen Gefallen, lass doch mal einen Lootback in den Ding drin, weil wir haben sonst keinen Platz Wir haben halt Schuss ein bisschen Reicht das, wenn ich die mit der Hand töte? Also ich werde das empfehlen, das wäre bei den Aboe, weil die Monster sind sehr schießwütig Okay Okay Kann ich dir mal Vier Steine klauen? Warum? Um mir ein Schwert zu machen Um mir ein Schwert zu machen Ah ne, vier Steine Ich habe den Rest mal wieder reingelegt Oh Gott Bro Das ist der Fall Da geht einiges ab, gell? Ja Ich stelle jetzt gerade die ganze Zeit diese Dinger hier auf Disable und Extract Danach haben wir schön viel Komische Pumper Ja, jetzt nah habe ich gerade nicht mehr im Kopf vermisst Das noch weg Ich weiß gar nicht, wie man das wegmachen müsste überhaupt, weil es wird eh nichts passieren, aber egal Ach, ich habe zwei zu wenig Ich muss einmal zu dir gehen, glücklicher Klairs brennen Ja klar Mach ruhig Aber auf diesen ganzen Blättern, die da rumfliegen, steht ein Enderman Na halt, ist wirklich das verwendet, nur Dinger zu halten in der Luft Gravel und Dust einfach als Lampenhalter und als, äh, Wire-Teilhalter Ja Ja, da kann man, da kann man hier Dinge, um es rauszubekommen Papier 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 Jetzt öffne ich so lange Loot-Bags Bis ich Papier hab Ich hab mich noch, woanders Ich habe eine runde, die Dinger in der Luft Ich habe wieder mit dem, auf den Luft Ich habe noch keine runde, die Dinger in der Luft und wer jetzt bekommen nein noch nicht aber rasierer mysterious potion was meinst du mach das was besonderes entweder es bringt mich um oder ich werde unsterblich hier war ja natürlich nicht glaubt er auch wollte ich ausprobieren ja es gibt mir hunger als hätte ich nicht schon genug davon und zwar für 17 sekunden hey blutwegs form weil dieses cleverer warst aus dem die grobe verlierst Ich habe das Zuckerrohr, gell? Du hast Zuckerrohr? Ja, kannst du aber nicht ernten, weil es nicht einmal gewachsen ist. Zumal du hast einfach, wenn du Erde siebst, ganze Samen rausbekommen. Wow, ein Aluminium, ein Soulcent. Wow, ein Chest-Transporter, ein Fokus-Stand. Aber alles, was du nicht brauchst, wärst du aber trotzdem die Kliste, vielleicht brauchst du jemand anderes noch. Na, eigentlich alles, was ich nicht brauche, nehme ich mit zu mir, aber... Bruh. Ja, gut. Weil ich alles... Ich nehme erstmal alles mit zu mir, weil ich dann irgendwann anfange, mal schön zu bauen. Ich stelle so einen Kommentar, kannst du das? Besser als du. Ne, nicht meiner Meinung. Ja, wenn du den Kommentar hast, steht da sehr witzig. Obsidian-Chestblade. Ja. Ist das nicht aguetschend. So. Da ist es genau das ganze Rate. Nicht用 die Chemie. Das ist ja hier. U planen wir darüber. Ich denke nichtmals, was ich habe gerade schon längst aus. Für mich ist es sehr auf dieses Spiel zu Oh, ein Stein fährt in der Küste Was? Oh, ich dachte, ein Stein fährt in der Küste Mhm Komm, wachsit Bruh Das wüsste übrigens nicht Was? Oder? Doch Doch, das war der Oh, zwei Enderperren, gut Von hinten, really? Hä, was denn? Coke Oven Ja Wofür? Ich brauch die Flüssigkeit, die da rauskommt Achso Ahja, stimmt Kui ist das Öl, ne? Ja, wenn's so heiß ist Ich öffne jetzt was, guck mal Ah, du hast ne Schanz-Cube Bruh, meins, nicht schütten Weißt du, Pick of Destiny Destiny Wenn du dieses Runder wirfst Destiny Aus dem läuft es Du bist dumm Wenn du dieses Runder schubst, ich bring dich um Du hast es sogar selbst noch rübergeschubbt Ich hab grad gesehen Ich hasse BB-Zombies Ich bestimmt auch Das ist absolut nervig Nur unnötig Vorhin nimmst du überhaupt deinen Koppelstorn-Generator noch? Nicht mehr aktiv, aber sonst fast, ja Hast du einen Schwein gefangen? Ja, hast du Ich bin nicht in der Lage gerade was ich ja gerade Eine Zauentürze Zauentürze Eh ein Zaunsupport Noch sehe ich gerade Kein Holz? Ne Zu dumm Nee 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 Ich hasse es, dass sie sich das Rezept einfach geändert haben. Ich mache noch das alte Film mehr. Von Zollen. War viel leichter. Von mir kommt langsam der Punkt, ich brauche eine zweite Kiste, meine zwei Kisten sind voll. Läuft. Ja. Das Papier bekommen. Das ist wirklich hart. Papier. Was? Papier. Nein. Tee-Pooler. Aber total unnötig. Vielleicht kann er mit der Shotgun oder sowas raus. Nein, was denkst du? Shotgun. Nein. Ah ja. Was hatten wir letztens, in unserer Base drei Stück stehen? Veinshield? Nein. Kann ja jeder. Wir sehen uns gleich bei Ihnen, weil ich dann gerade hin. Oh, diese Wolken. Olaf. Olaf der Cloud. Was hat die Wolken? Oh Mann, lass es doch einfach. Olaf die Wolke. Weil die bringt einfach nichts, gell? Ja, aber Herzchen. Und sie schwebt. Auf den Hopsle. Das ist eine Wolke, sie muss ja fliegen. Ja. Wenn sie ja auffliegen würde, dann macht sie was falsch. Ich fliege einfach nicht im Feld, nur. Bruh. Ein Wort braun. Tot. Eine Wolke weniger. Mann kommt Wachs, doch. Ich will Aura 1. Kann ich hier eins klauen? Nee. Erst die ersten gehen dann für die eristischen Sand drauf. Boah, ist okay. Der Herr will wieder unbedingt da das schnell voll haben. Dafür tötte ich jetzt ein Schwein. Äh. End. Warte, warte. End, Jada. Du gibst mir eins Schakke kennen, oder ein Schwein stört. Tötet das Schwein an. Was? Tötet das Schwein, mit der Bockwurst. Toll. Ist gerade ein Feuerwehr. Läuft. Welches Level ist er eigentlich? 20. Ich bin 25. Freust du dich jetzt? Ja. Ist ich wieder angepisst, oder was? Nein. Ja, ich bin übertrieben müde. Von der Scheiß, die dicke ist, den Abend um 2 Uhr nachts noch bis fast um 3 Uhr noch zu zocken und am nächsten Morgen um 8 Uhr aufstehen zu müssen. Weil ich mit Oma nach Gotha gefangen bin. Ich habe einen Portal Charme bekommen. Ich habe einen Ich glaube, ich will das Rezept nicht mehr. Oh, aber sogar noch teurer. Oh, das hat wirklich für 10 gereicht. Mhm. Aber du kannst, du hast doch einen Alli-Förderst, gell? Ja. Gut, ich kann mir doch gleich noch was herstellen, Quatsch. Ach, tu das. Oder kann ich das noch anders herstellen? Warte, ich brauche einfach mal Kohle-Powder noch. Aber wie ist denn die Spinne hingekommen? Ah, jetzt sind jetzt auch Swinges. Aha. Sechs. Hast du noch einen Flint-Shift oder das Mesh bei dir rumstehen? Nö. Also, ja, schon, aber nicht Verwendung. Nein, darf ich dir das finden? Ach. Ich weiß noch nicht, wo es steht, aber irgendwo. Und hier mit ich bei dir. Ja, drei Quatsch. Ja, drei Quatsch. Perfekt. Übrigens, dein Alice Melter plus Segment ist gerade in Verwendung. Ey, Segment funktioniert nicht. Warum nicht? Weil die nicht an Strom angeschlossen ist. Die dürfte eigentlich keinen Strom bekommen. Hat aber Strom. Aber nicht mehr lange. Ja, wollte ich gerade sagen. Da hatte ich noch nicht genug Kabel. Da musst du mal... Ninative ergreifen und Kabel machen. Ach, den muss ich auch noch Lauf voll. Ich bin voll der Sprenker. Ich nehme auf so eine Schere, schneide mir aber das hier ab. Guck mal. Nein, lass. Machst du nicht. Machst du nicht. Machst du nicht. Machst du nicht. Fick dich. Ich habe gerade das gegessen. Ach, du stellst dir her. Ich hätte noch 14 gehabt, aber egal. Achso, ich hätte ja, aber danke. Ich habe doch gerne gemacht. Ich musste eh mal wieder sterben. Bis ich nicht, dass ich die Todesbenachrichtigung, die hier oben rum lag, jetzt eingesammelt habe. Ich weiß, ob ich gerade auf diesen Block da hochzukommen, kriege ich aber nicht hin. Da kommst du nicht hoch. Doch. Nein. Ja, toll. Kannst du ihn wieder wegmachen. Danke. Ich bin wohl nach oben. Ich komme später wieder in mein restliches Tier. Boah, da liegen die durch die Todesbenachrichtung in meine Richtung einfach. Ja, klar. Boah, ich habe eins von diesen ganzen Windrädern. Hast du Soul Sand? Ja. Shit. Du musst die herstellen. Was? Stellst du dir einfach her. Lächst du dir einfach herstellen? Dann stellst du dir einfach her bei meiner Aussage. Das kannst du hier in diesen Stone Bubblen einmal herstellen, wenn du eine bestimmte Bedingung erfüllst. Ja, weißt du, was da unten drunter sein muss? Nein. Soul Sand? Im Bärbel? Da muss unten, äh, das muss Bärbel voll mit Witchwater sein. Für Witchwater brauchst du Mysterium. Mysterium stellst du mit Naturessenz und Dirtessenz her. Dann weißt du, was du schicken hast. Hm. Oder wärst ganz clever gewesen, hättest du das Zeug, was du eben, dein, 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 so sind von eben nicht verarbeitet, sondern dir ein Nessa zusammen draus gemacht, hättest du den verwenden können? Es waren nur drei Soul Sand. Hättest du eins gespart noch? Oder Nessa wegverwendet? Du brauchst für nen Seed, brauchst du 4 Soulsend. Ja? Ja, es waren nur 3. Hätt' jetzt noch 1 gefarben. Aber ich seh grad die Folge ist ja fast vorbei. Ich muss sagen, das war's für die Folge und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!